Hallo Fans von LEB TV, wir sind heute hier in der Sandkaulstraße zusammen mit den Aachener Engeln und neben mir ist Martin Lücker und den frage ich jetzt erstmal, was sind eigentlich die Aachener Engel und was ist der Martin in dieser Konstellation? Als was müssen wir dich verstehen Martin? Zuerst mal was zu deiner Person. Ja hi, erstmal herzlich willkommen und zu diesem wunderbaren Training, was wir hier im Hintergrund sehen. Ja die Aachener Engel habe ich 2005 ins Leben gerufen und seitdem haben wir ja bestimmt über 1500, 1600 Aachener in unverschuldeter Notlage helfen können. Primär war das Ziel Krebspatienten zu helfen, aber das hat sich über die Jahre sehr sehr weit ausgebaut, dass wir hingehen und auch Opferschutz betreiben. Wir helfen bei Amtsgängen und natürlich auch wie wir im Hintergrund sehen sind wir sportlich sehr engagiert. In welcher Richtung seid ihr sportlich engagiert? Also nur beim Volleyball in Anführungszeichen? Nein wir haben eigentlich den Ursprung gehabt, dass wir gesagt haben wir wollen jungen, erwachsenen, jugendlichen dabei helfen wieder auf den rechten Weg zu kommen und sind dann meinen Ursprungssport in Boxen eingestiegen. Ja und das hat sich dann auch immer mehr entwickelt, dass wir gesagt haben okay es ist nicht nur eine Jugendbetreuung, sondern wir wollen auch ein bisschen in die Leistungssportszene eintauchen, spielen oder Boxen kämpfen da mittlerweile in der Oberliga und führen da momentan auch die Tabelle an und hoffen dieses Jahr ganz schwer Meister zu werden. Also wir sind sehr ambitioniert und ja und für die Mädels haben wir halt eine Kooperation mit der SG Aachen geschlossen und sind da jetzt auch drei Saisons hintereinander jetzt aufgestiegen und konnten dieses Jahr den dritten Platz halten und ja und hoffen dass das auch so weitergeht und die Mädels die sind natürlich auch höchst motiviert wenn dann die Ladies in Black anrufen und sagen wir wollen ja mit euch trainieren. Also das war für uns das absolute super Highlight dieses Jahr. Habt ihr verdient, das hat den Ursprung, dass Nett Aachen unser Co-Sponsor auch Sponsor ist bei den Aachener Engeln und bei dieser Mannschaft speziell. Und jetzt macht eine Saskia von Hintum hier seit einigen Minuten schon ein Training, was wie man sieht den Engeln sehr viel Spaß macht. Was empfindest du dabei, wenn du das siehst? Ja, ich empfinde natürlich eine große Freude. Allerdings ist das leider ein bisschen getrübt, da unser Head Coach, der Daniel Weiß hat, leider ausgerechnet diese Woche in Urlaub ist. Also Daniel, falls du uns siehst, immer wir gucken nach den Mädels, es läuft super. Ja, die sind total motiviert und machen dir alle Ehre. Ich weiß, dass ihr auch eine gut gepflegte Homepage habt, wenn man was über die Aachener Engel wissen will, dass man dich auch findet. Ich denke, das ist der Suchbegriff, den man eingeben muss. Einfach Aachener Engel. Ja, ich denke Aachener Engel beziehungsweise bei Facebook ist eigentlich mehr. Wir haben es von der Homepage, da sind so die generellen Informationen, aber alles aktuelle und was gerade auch den Sport betrifft, haben wir zwei Seiten. Einmal die Aachener Engel-Seite beziehungsweise Team MLK und da sind eigentlich alle Sportberichte und Infos, News, alles zu finden. Okay, haben wir wieder viel dazugelernt. Wir bedanken uns auch hier für die Gastfreundschaft bei den Aachener Engel, bei Martin fürs Interview. Bis bald. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020